Musik Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Stellaris. Ich gebe jetzt der Flotte den Auftrag, dieses System hier zu bereinigen. Ja, die fliegen jetzt hier hin. Und dann erforschen wir mit dem Forschungsschiff dieses System. Und nachdem die dann damit fertig sind, würde ich sagen, machen wir folgendes. Wir werden ein verbessertes Design erstellen für unsere mittleren Verteidigungsplattformen, für unsere Raumstationen, ja. Ganz wichtig, dass wir das machen, weil... Oh, was ist da los? Ah ja, Feindflotte, genau, das ist hier unten. Das Yoda-System, ah ne, J, das J-System. Huch, was habe ich jetzt wieder gemacht? Ich bin irgendwie weggeklickt, wartet mal. So, ach, guckt mal, das ist ja lächerlich. Das sind wieder diese Kristallwesen. Das ist ja niedlich. Das ist ja süß geradezu. Die haben ja überhaupt keine Chance gegen unsere 4K-Flotte. Da können wir auch schon direkt anfangen, mit dem Forschungsschiff das System zu erkunden. Die fangen eh hier oben an. Dann sind wir schneller fertig, dann. Das passt. Das passt, das passt. Fliegt mal schneller, ey. Das ist ja nicht auszuhalten, wie langsam die sind. So, wenn wir jetzt gleich die nächste Gelegenheit haben, bei der Forschung was Neues auszuwählen, hier, werden wir mal neue Reaktoren erforschen. Weil wir dann auch wieder bessere Schiffe bauen können. Weil die Schiffe, also diese Module, die wir in die Schiffe einsetzen können, verbrauchen ja Energie. Und wir müssen ja gucken, dass das Energieniveau im Schiff ausgeglichen ist. Damit wir das Design überhaupt erstellen können, wenn wir ein neues Design erstellen mit dem Schiffsdesigner. Und dazu brauchen wir bessere Reaktoren. Und die können wir nur hier über die Physikforschung bekommen. Ah ja. Nicht-Erfüllung der Wahlversprechen. Blablabla, blablabla, blablabla. So, da ist es. Nein, 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 nein. Du evadest nichts. Du erkundest das System. Nein, nicht evaden. Mach, mach, mach. Du bleibst. Genau, du bleibst. System erkunden. Komm, die sind eh gleich weg. Jawohl, da sind sie schon platt. Kein Grund, Angst zu haben hier. So. Die Flotte können wir ja schon mal hier nach unten beordern. Oh, wir wurden kontaktiert, oder? Zivilzugang. Nein, wollen wir nicht. Wollen keinen Zivilzugang. Wir wollen hier keine Leute rumstreunern haben. Keine feindlichen Wesen und so. Wollen wir nicht. So. Jetzt pausieren wir mal die Angelegenheit hier. Denn ich möchte jetzt ein neues Design erstellen. Und zwar Verteidigungsstationen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Hier gilt ja auch genau das gleiche. Man muss für einen Ausgleich sorgen. Hangar Sektionen. Genau, die können wir mal erstellen. Wir brauchen auch außerdem noch eine. So eine Sektion. So eine. Und so eine. Würde ich jetzt sagen. So. Jetzt gucken wir mal. Hier machen wir mal die Amöbengeißeln rein. In diese, in diesen Teil. Und da sehen wir auch. Die. Machen Schaden. 20 bis 32. Wenn ich jetzt. Huch. Nein, nein, nein. Wenn ich jetzt an die Stelle. Jäger rein setze. Werden wir sehen. Die machen weniger Schaden. Oh. 4 bis 9. Guckt mal. Ja, da machen wir auf jeden Fall die Amöbengeißeln rein. Würde ich sagen. Und. Hier drüben. Fügen wir ein. Punktverteidigung. Zweimal. Ach komm. Dreimal machen wir das. Hier kommt eine Railgun rein. Und hier Fusionsraketen. Obwohl, wartet mal. Machen wir hier auch noch Fusionsraketen. Jetzt können wir ja mal vergleichen. Wartet mal. Die Fusionsraketen, die machen Schaden. 9 bis 14. Dieser Rotsplitterwerfer macht wie viel Schaden? 9 bis 16. Okay, das lohnt sich also gar nicht. Die Raketen zu benutzen. Was für einen Energieverbrauch haben die? Einen Energieverbrauch von 5. Gut, die Rotsplitterwerfer haben halt auch wieder einen Energieverbrauch von 10. Und machen dabei nur. 2 Schadenspunkte mehr Schaden. Okay, nee, dann wartet mal. Dann ist das ja Energieverschwendung eigentlich. Das lohnt sich ja dann gar nicht. Dann brauchen wir schon die Raketen. Gut. Und jetzt ist die große Frage. Wartet mal. Jetzt haben wir hier noch eine Möglichkeit, was auszuwählen. Annäherungsminen, Verteidigungsstationen, Effekt auf feindliche Schiffe, Schiffe im Minenfeld erleiden. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% täglich 5 bis 15 Schaden. Wobei 75% Panzerung ignoriert werden. Diesen Schaden kann ausgewichen werden. Oh. Ja, das lassen wir mal drin. Das ist sowieso das Beste, was eingestellt ist. So, jetzt ist die Frage. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier diese Energieleistung ausgeglichen kriegen. Mit Reaktoren. Okay, bis hierhin passt das. Jetzt bauen wir noch einen Reaktor ein. Für einen Überschuss. Weil wir müssen ja auch noch Schilde einbauen. Und gut, die Panzerung, die braucht jetzt keine Energie. Deflektoren haben wir. Rumpfgewebe. Das Rumpfgewebe erhöht, glaube ich, die Panzerung. Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, regeneratives Rumpfgewebe einzubauen. Aber es sieht eigentlich so gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. 4000 Trefferpunkte. Und einen Leistungsüberschuss haben wir auch. Wie ist denn das, wenn ich jetzt einen noch wegnehme von denen? Okay, da haben wir auch noch einen Leistungsüberschuss. Alles klar. Monatliche Reparatur, Hülle 1%. Große Metall-Keramik-Platten. Okay. Panzerung 8. Und wie ist es mit dem anderen? Mit denen hier? Panzerung 1. Ne, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Hahaha. Da machen wir natürlich schon das Beste vom Besten hier. 4.000 Trefferpunkte. 34% Panzerung. 100 Schilde. Ist das jetzt gut oder schlecht? Okay, 46% Panzerung. Wir speichern mal dieses Design. Wir speichern das jetzt mal. Ähm. Wir nennen das mal Station 2000, so. Speichern. So, wenn ich jetzt. Wir laden mal, wir laden mal eins von den automatisch generierten. Hier, Verteidigungsstationen. Auto Bestes. Da können wir die Werte ja vergleichen. Hier, das ist Station 2000. Guckt mal, die haben nur eine Panzerung von 11. 4.000 Trefferpunkte. Das ist immer gleich. Schilde haben sie auch nicht. Okay, ich sehe schon. Also, auf jeden Fall bei den. Bei den Verteidigungsstationen lohnt es sich richtig, eigene Designs zu gestalten. Aber war richtig fett. Krass. Ich hätte nicht gedacht, dass der Unterschied so groß ist. Hier sind ja überhaupt keine Slots besetzt. Guckt euch das mal an. Ach du Scheiße. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe, warum ihr mir immer empfohlen habt, ich soll diesen Schiffsdesigner benutzen. Alles klar. Danke für den Hinweis an der Stelle. Also, zumindest was die Raumstationen angeht, lohnt sich das auf jeden Fall. Richtig gut. Dann können wir jetzt Raumstationen bauen, ne? Höhö. Dann machen wir das mal. Dann bauen wir jetzt mal... Entlang unserer wichtigsten Raumstationen hier bauen wir jetzt Militärstationen. Anomalyse gefunden. Wunderschön. Wo haben wir hier noch Konstruktionsschiffe? Haben wir hier noch Konstruktionsschiffe, ist die Frage. Anomalyse gefunden. Das ist nice. Erforschen. Hier haben wir noch eins. Okay. Das kommt auch gleich mit hier hoch und baut hier auch eine weitere Station. So. Wunderbar. Dann haben wir nämlich eine richtig schöne Verteidigung auch. mit unseren Raumstationen. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr, 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 sehr wichtig sogar. Oh, hier haben wir sogar noch ein Konstruktionsschiff. Na, wartet mal. Dann bauen wir mal hier in dem System. Oh ja, hier können wir auch eigentlich eine Militärstation errichten. Muss man nur gerade nochmal kurz sparen. Da müssen wir noch ein, zwei Monate sparen. Dann können wir noch eine bauen. Ne, das ist echt wichtig. Das haben wir bis jetzt echt ein bisschen unterschätzt. Beziehungsweise vernachlässigt. Sagen wir es mal so. Das haben wir vernachlässigt. Da noch ein bisschen nachzulegen, was das angeht. Ah ja, was? Aktive Scans von J-Bem-5 haben ein Objekt tief in der Atmosphäre des Gasriesen erkannt, bei dem es sich um ein großes Schiff zu handeln scheint. Den Trümmern in seiner Nähe nachzuschließen, hat es in der Vergangenheit mehrere gescheiterte Versuche gegeben, dieses verlassene Schiff zu bergen. Ein Schiff, das stark genug ist, solch zerschmetternden Gravitationskräften zu widerstehen, muss einen enormen Wert darstellen. Wissenschaftsoffizier Ralt Kapp hat bereits ein eigenes Bergungsprojekt vorgeschlagen. Hm. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine Falle, weil dieses Schiff, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist aus einem Grund verlassen, nämlich, dass die Leute da irgendwie durchgedreht haben oder so. Und ich weiß es gerade gar nicht. Das ist, glaube ich, keine gute Idee, das zu bergen. Wir probieren es aber trotzdem mal aus. Ich glaube aber, der Forscher, der wird dabei durchdrehen und verloren gehen. Gasriesenschiff bergen. Gehe zu. Mach das mal. Der wird wahrscheinlich verloren gehen. Ich glaube sogar, das ganze Forschungsschiff wird verloren gehen. Mich nicht alles täuscht. Also ich meine, das ganze Schiff geht verloren. Ohne Witz. Ohne Witz, liebe Freunde. Das wird passieren. Haben wir jetzt genug, genau, jetzt haben wir genug Energiecredits, um hier eine Station zu bauen, eine Verteidigungsstation. Ne, haben wir immer noch nicht. Zu wenig Mineralien. Aber das kostet doch nur 492. Wir haben doch 547. Check ich nicht. Verstehe ich nicht, warum das jetzt zu teuer ist. Wir werden es ja gleich sehen, wenn der Monat rum ist. Hä? Wartet mal. Warum kann ich die nicht mehr bauen? Station 2000 Klasse. Zu wenig Mineralien. 61,1. Ich habe doch genug. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Hä? Warum kann ich das nicht bauen? Versteht ihr das? Ich verstehe das nicht. Das kann nur ein Fehler im System sein. Ohne Witz. Das kann nur ein Fehler sein. Jetzt sind es 43,025. Obwohl ich 805 habe. Hä? Das ist ein Berechnungsfehler. Das kann mir keiner erzählen, dass das normal ist. Das verstehe ich nicht. Wir können ja mal gleich gucken, wenn ich das wieder bauen kann oder bauen können sollte, was dann da steht. Also, was mir hier abgezogen wird, wenn ich das baue. Oh, guckt mal. Wir könnten theoretisch diese Welt hier kolonisieren jetzt. und könnten uns diesen Außenposten dabei sparen. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Verlockend, verlockend. Wie sieht es denn aus mit den anderen Stationen? Die werden ja jetzt schon gebaut, ne? Ja, die werden gebaut. Ah ja, und die sind fertig. Sehr schön. So, jetzt können wir ja mal gucken. Wie ist denn das jetzt hier? Jetzt hier nochmal. Jetzt geht's. Mal gucken, wie viel abgezogen wird. Achtung. Es sind irgendwie jetzt so um die 600 gewesen, die abgezogen wurden, ne? 600 Mineralien oder so. Komisch. Das ist echt komisch. Seltsam, seltsam, seltsam. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Aber das heißt ja eigentlich, dass wir hier... Ah, hier sind ja schon Verteidigungsstationen, aber das sind die schlechten, ne? Guckt mal, die haben auch nur 607 Trefferpunkte. Einer meisterhaften Ingenieurleistung hat es das Team unter Wissenschaftler Ralt Kapp geschafft, das verlassene Schiff auf J-Bem-5 vorsichtig in die Oberatnungsphäre des Gasriesens zu heben. Trotz seines Alters ist der Urhaltekreuzland in einem bemerkenswert guten Zustand. Wir haben seine Energieversorgung wiederhergestellt. Von der ursprünglichen Besatzung gibt es keine Spur, aber wir haben unsere eigenen Leute an Bord gebracht und das Schiff unsere Flotte übernommen. Yeah! Sauber! Das heißt, da haben wir jetzt ein neues Schiff, ne? Wartet mal. Mal pausieren. Tatsache. Dieser alte Teufelskerl hat es geschafft. Das gibt es ja nicht. Der Ralt Kapp, ey. Ralt Kapp hat es geschafft. Dann können die hier gleich mal zum Sammelpunkt fliegen. Und dieses Konstruktionsschiff wird jetzt hier trotzdem noch eine von den verbesserten Raumstationen bauen. Äh, wieso geht das nicht? Dieses Schiff gehört dem... Ach, das gehört einem anderen Sektor. Darüber kann ich gar nicht verfügen. Okay, na dann. Hm? Dann halt nicht. Hö. Dann macht doch, was ihr wollt. Macht doch einfach, was ihr wollt mit eurem Konstruktionsschiff. So, die sind noch am Bauen. Diese sind aber fertig, ne? Die sind fertig. Hä, die sind nicht fertig? Wir sind ja nicht fertig. Ach so, die sind auf dem Weg. Okay, das erklärt einiges. Und ihr hier? Ihr seid auch auf dem Weg. Okay. Habe ich dann echt nur zwei Konstruktionsschiffe? So stehe ich gerade nicht. Wieso hat denn dieser Sektor hier bitte sein eigenes Konstruktionsschiff? Aber mach damit gar nichts. Das verstehe ich nicht. Und wieso kann ich das nicht... Wieso kann ich damit nichts machen? Wieso kann ich damit keine Stationen bauen? Es ist doch... Es ist doch mein Eigentum trotzdem noch, oder nicht? Manchmal ist das komisch. Manchmal verstehe ich die Sachen nicht. So, wir brauchen... Was brauchen wir denn hier am dringendsten? Machen wir mal Weltraumtorpedos. Und hier, 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 hier ist jetzt ganz wichtig diese Forschung, die hier gleich fertig wird. Wir müssen unbedingt einen neuen Generator oder neuen Reaktortypen erforschen. Und das wird ja hoffentlich möglich sein. Und... Nachdem wir dann diese ganzen Stationen gebaut haben, die Verteidigungsstationen, müssen wir auch ganz, ganz dringend... Hier, in dem Moment nicht Warpantrieb. Ähm... Wir brauchen eigentlich... Scheiße, das ist kein... Das ist eine Antriebskomponente. Das ist keine Energieproduktionskomponente. Okay, egal. Dann holen wir uns die Forschungsgeschwindigkeit. Dann holen wir uns den Bonus an Forschungsgeschwindigkeit. Das ist auch wichtig. Und wir machen jetzt was ganz anderes noch. Wir rüsten jetzt erst mal die Forschungslabore auf den Planeten ab... Äh, auf. Ganz wichtig. Wir rüsten die jetzt auf. Warum ist hier eure... Äh, eure Paradieskuppel nicht besetzt? Was macht ihr denn hier, ihr Säcke? Ihr habt genug Nahrung, dass der Typ hier auf der Paradieskuppel arbeiten kann. Damit es euch so zufriedenheitsmäßig besser geht. Okay. Moment, Moment. Stop, stop, stop. Wir brauchen... Forschung. Ganz viel. Ganz dringend. Ganz sofort. Physik. Und die Kraftwerke können wir auch aufrüsten. So. Nächstes System. Pondag Mok. Da geht irgendwie nichts mit aufrüsten. Warum auch immer. Hier geht aber was. Physiklabor. Und... Was ist das? Das einzige Labor, das wir aufrüsten können? Scheint fast so. Seltsam. Aber so steht es geschrieben. Gut, dann rüsten wir hier einfach die Kraftwerke noch mit auf. Na. So. Genau. Und hier bei Nordak. Ah, guckt mal. Das ist das Minenfeld. Hier. Haha. Wir haben unser Gebiet vermint. Das ist das erste Mal, dass ich das hingekriegt habe. Ohne Witz. Und das habe ich nur, weil ihr mir den Tipp gegeben habt. Von wegen, mach ein eigenes Design. Vielen Dank an euch nochmal da draußen für diesen Tipp. Ganz, ganz wichtiger Tipp. So, ich würde sagen, an der Stelle ist jetzt erstmal wieder die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Stellaris. Und dann, ja, geht es wieder weiter. Dann bauen wir einfach unsere Verteidigung noch weiter aus. Vor allem an den Grenzen. Und dann können wir mal so langsam auch drüber nachdenken, ob wir vielleicht die Dyskonföderation angreifen. Bis zur nächsten Folge Stellaris. Bis dann. Ciao, ciao.